Hallo? Vielen Dank. 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 ... 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 Ja, genau. Ja, 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 ja. Es ist der Bildung des Modifizierungsquelles den Transform des Modifizierungsquelles Es ist der Bildung des Modifizierungsquelles Das ist eine Translation, Rotation und Symmetrie. Das ist eine Mirror. Das ist eine Translation, Rotation und Symmetrie. Das ist eine Editing. Das ist eine Editing. Das ist eine Editing, Drobom Kole, eine Amitrie. Das ist eine Editing. Der Kuhl ist eine Modelle. Das ist eine Verbündung, Punkt. Das ist eine Chorale. . .. .. ... ... wenn ihr das in der EU eingebreitet dann es komplett in den Nuss oder nicht so mit der EU und die Nussupeisen und dann in der EU eingeben. Okay, wenn die Nussupeisen die Nussupeisen hat, das wird dann sehr. Und dann ist die Nussupeisen die Nussupeisen in der EU und so Adam im Dessentrat 1, 3-2-3-4-4-4-4-4-4-5, das sind schauen wir auf die Button. Das kann man einen manuel drilling manuel drilling centering tool nilam loss nilam save close die 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 du points good tip only from points okay so the point there drill so ita hallo ah drilling achan na such a amra even a sequence import sequence export sequence sequence are both active important und was ich so ich 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 . so, I will export. I will import, export for file-siequenz, export-siequenz. It will be according to the HTML B, HTML, HTML, HTML and HTML. HTML and HTML. Links ist das nicht. Ich hab dich selbst gelesen, dann kann ich selbst alles verlegen. Sequenziert. File, Close Project. Anno-Akta-model-Arego. Anno-model. Jaan-Tai-model-Arego. A-model-Arego. A-model-Arego. Anno-Ski-Kundam, A-taka-neuserepren-Kore. Okay. I am... ...I am a-the-i. A-model-Arego. ...And i am... ...I am a-of-the-i. I am a-of-the-i. Mit der Suche ist der Import sequence, die wir hier haben. Select Messen sequence. Nein, aber es gibt keine Messenen. Wir wollen die Nummer 2 und 3. Wir wollen die Z-Level gehen. Wir wollen das Flatshausen sehen und die Z-Level schauen. Wir wollen das Messen so machen. Okay. ein was Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Möglichkeit zu verabschieden, die Möglichkeit zu verabschieden. Das ist sehr wichtig. Ich habe einen Group-Selektoren. Ich habe einen Chart-Selektoren. Wir haben einen Chart-Messling-Selektoren. Wir haben einen Parameter-Machie-Parameter. Wir haben einen Stabwart. Wir haben einen ETA-ETA-EKON-Türpath. Wir haben einen Update-Stock-Model gemacht. Das ist nicht so, dass wir die Niveau-Style-Style nicht sind. Das ist ja nicht so, dass wir die Niveau-Style-Style nicht auszuhalten. Das ist keine Probleme. Also, wenn wir die Programme-Style nicht mehr haben, die Niveau-Style nicht mehr haben, die Niveau-Style nicht mehr haben, A 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 say a Ich habe die Frage, die ich an. das 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 Ausputn hat er in die 5.0 katholrahten mit den RECALCULATE-Total-Toolpathen ausputn hat er automatisch verändert. Wir haben nicht ein bisschen was, wenn ich DFL-E-Katolrahten habe, wir haben einen guten Cut-E-Katolrahten. Diese benötige sind die Qualität der Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral-Neutral. Ich habe diese Option sehr gut gemacht und ich habe diese Option sehr gut gemacht und ich habe einen Link in die Software zu downloaden und ich habe die Software zu installieren. Ich habe die Interested mit dem Laptop und dem PC installiert. Ich habe die Portgen-Tri-Port in meinem Leben und die Software zu aktivieren. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe mich sehr interessiert. Ich habe die Software zu installieren. und das war der das die 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 ok das ich 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 das ist das 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 ist eine sehr interessante Software. Ich habe den Software. Ich habe den Linken. Downloaden. Videobeschreibung. Okay. So, danke. Ich habe den Engraben. Ich habe den Engraben. Okay, danke.